Warnung! In dem Video werden bayerische, oberpfälzische Wörter verwendet. Sollten Sie das nicht verstehen, wenden Sie sich an 21 Guns oder an Bayern Ihres Vertrauens. Danke für Ihr Verständnis! Siehst du, was ist das? Ich kann am Anfang nichts k...kann dich auszuticken. Hilfe, Hilfe! Tipp! Oh, Tipp hier! Tipp! Das ist schon mal so. Eins, zwei... Nein, warte mal! Du musst weiter weg, oder jemand sieht dich! Ich wollte nicht so... Äh... Mama? Das ist schon mal so. Äh... Mama? Ich hätte mir das... Was ist das? Äh... Ich hätte mir das... Okay, ich war mir... Okay, mal... Okay... Ja, aber einen Moment... Okay! Da hast du so... Okay, jetzt machst du voll dein Zett... Steffi, Ruhe! Ich hätte auch wieder geschützt... Oh, fuck... Ja... Also entweder du liest dein Kinderbuch, oder One Piece Strong World 1. Das ist sogar in Farbe. Es ist auf Deutsch, Steffi. Der Superbabeck. Zeig mal her. Firebird Star, oder? Was? 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 Irgendwann auf der Nose liegen bleiben. Das ist unser Kass. Das bleibt der Wälder flacher. Und, go! Hör auf dich, wir einfach die gleiche Seite wieder. Was soll die Scheiße, Steffi? Warte Steffi, bleib jetzt einfach so liegen. J-Geschi, Blin! Läger! Irgendwann ist bei sowas. Ja das ist ziemlich... Ok. Hast du jetzt mein Beichl da weggeschmissen? Das ist mir untergefallen. Ich hab das auf Video, ich kann das jetzt nachvollziehen, ob das jetzt geschnissen hast oder ob das da unten gefallen ist? Das wird in die Art, wenn du das weggeschmeißt, dann kommt es in die Art, links. Das ist so jung. Ich bin gut, ich bin das ultimo. Ja, aber das ist ziemlich... Okay, ähm, fünfzig? Nein. Aber dann fünfzig. Fünfzig. Ja. Sehr. Okay. Das ist so schön. Sigglin. 5. Sieg. Sieg. Ich kann sie und Vader. Sieg. Hallo. Dies. Sieg. Siegl.